Hier sind die Top 5 der bestbezahlten Jobs mit dem geringsten Stresslevel. Auf Platz 5 die Wirtschaftswissenschaftler mit einem Stresslevel von 63. Auf Platz 4 die Politologen mit einem Index von 61. Auf Platz 3 haben wir die Hardware-Ingenieure mit einem Stresslevel von 67. Auf Platz 2 die Computer-Forschungswissenschaftler mit 66. Und auf Platz 1 der bestbezahlten Jobs mit dem geringsten Stresslevel die Physiker mit 62.